Was? Maniac, Mensch, lebst du noch? Du meldest dich auch gar nicht mehr. Naja, mein Handy ist kaputt. Maniac, ja, ich will erst da. Weißt du was du brauchst? Du brauchst ein wirklich stabiles Handy wie das X-Cover 2 von Samsung. Das ist so massiv, das kriegst auch du nicht kaputt. Hm, das wollen wir mal sehen. Was wäre, wenn ich es in... Wackelpudding eingieße? Challenge 1, Wackelpudding. Und? Meinst du, es funktioniert noch? Lass es uns herausfinden. Hallo? Okay, also das hat es ausgehalten. Aber was wäre, wenn wir es... ...mit Gewalt aus einer Stahlkassette rausholen? Äh... Challenge 2, Stahlkassette! Wuhu! Deiner mit, zack. Griff ist schon mal ab. Ja, und damit ist es dann auch auf. Oh, wir haben es erfolgreich anpackt. Das funktioniert noch. Wie gesagt, das kriegst auch du nicht kaputt. Wollen wir mal sehen. Was kommt denn jetzt noch? Ah! Heiß, heiß, fucking heiß. Und? Geht's noch? Ja, das funktioniert noch. Coole Sache. Könnt's also auch mal lecker überbacken? Okay, also es hat dritte Knaller und Feuer überstanden. Aber was wäre, wenn wir es eingipsen und aus dem dritten Stock werfen? Challenge 3. Fenstersturz. Wusstest du, dass Gips beim Aushärten bis zu 60 Grad heiß werden kann? Aha. Fertig. Und meinst du, dass es immer noch funktioniert? Ähm. Hallo? Sorry, Hase. Geht jetzt nicht. Und? Bist du jetzt überzeugt? Das ist der Hammer, dass Dinge so unkaputt waren. Ich glaube, ich könnte sogar drauf rumspringen. Oder ich könnte sogar mit dem Vorschlaghammer draufschlagen. Was? Oh, es hat Wackelpudding. Es hat Schläge, Tritte, ähm, Feuer und ein Sturz aus dem dritten Stock ausgehalten. Man muss zugeben, es ist ziemlich robust. Ja, aber ein Maniac hat's nicht ausgehalten. Nein, ein Maniac hat's nicht ausgehalten. Und? Womit telefonierst du jetzt? Oh. Ja, das war unser erstes Unpacking-Video. Ich hoffe, wir haben das alles richtig verstanden. Ja, und vielen Dank an Samsung für die Kooperation und für die Bereitstellung des X-Cover 2. Ja, wir schicken euch das jetzt zurück. Sorry. Ja, und vergesst nicht, wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet es und teilt es mit euren Freunden und was man halt so damit macht mit Videos, gell? Ja, genau. Und außerdem wollen wir von euch wissen, was ist das Krasseste, was euer Handy jemals überlebt hat. Schreibt's unten in den Kommentaren. Ist euer Handy Maniac sicher? Bestimmt nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Alles klar. Schickst du es jetzt zurück? Nee, das schickst du schön selber zurück. Warum? Du hast gesagt, du schickst es zurück. Wer draufhaut, schickst es zurück. Ich durfte es kaputt machen, du wolltest es zurückschicken. Hast du gesagt. Maniac wumbelt hier und dort und überall. Wumbelt mir doch ein. Hey. Ich hab gerade meine SIM-Karte kaputt gemacht. Die ist echt doselig. Oh shit.